2. Jänner 2019 Wir fahren heute Angelin 13.46 Uhr, 2. Jänner, wir sind am Angelplatz angekommen Kurz nach dem ersten Auswurf Auf Wurm geht es schon los Der könnte theoretisch was kleines dran sein Der erste Fisch des Jahres 2019 von Marc ist eine Grundel Der erste Fisch 2019 von Marc, eine große Grundel Gefangen in einem Seitenarm der Donau Wenige Minuten danach der zweite Fisch Endlich auch ein gescheiter Fisch Was wird es sein? Eine Barbe! Eine Jänner Barbe! Die erste Barbe 2019 Eine Barbe, eine schöne Gefangen von Marc Einfach super Eine schöne Barbe Eine Barbe Kommt jetzt zurück ins Wasser Und? Einfach super Das einzige was heute nicht so schön ist ist der viele Schlamm Der hier überall am Ufer entlang Ist vom letzten Hof außer Bei Marc tut sich schon wieder etwas Was auch immer es ist Es ist sehr lästig Kaum ausgeworfen Pimmelt es los Aber es bleibt nichts hängen Es ist jetzt gegen 18.30 Uhr und die Bisse hat nachgelassen Schauen wir mal was noch kommt Wir verwenden drei Tauwürmer auf einem Wurmhaken Fertig schaut das dann so aus Es sind auch drei Maden dabei Endlich hat der Bobo auch was gefangen Stark oder nicht stark? Eine Barbe Barbe? Eine schöne Barbe Eine Barbe mit 62 cm Diese Barbe hat immerhin 62 cm Gefangen am 2. Jänner Wir haben seitens an der Donau Und die Barbe geht zurück in die Donau Und der nächste Bisse Jetzt haben wir noch einen kleinen Schauer Es ist jetzt 20.30 Uhr Für den ersten Tag 2019 Packen wir jetzt einmal zusammen Langsam Schauen wir mal Vielleicht geht da noch was Angeln macht auch im Winterspaß Ich habe heute herausgefunden Wenn man einen Fisch angegriffen hat Der schleimig ist Und sich dann nicht danach die Hände wascht Ist es wärmer Also wenn es Wenn man sich die Hände wascht Weil es dann noch mal viel kälterig wird Warum? Weil man sonst ins kalte Wasser greifen einfach muss Genau Heute ist der 5. Jänner 2019 Und wir fahren wieder an den Donau Super Das Wetter ist nicht gerade ideal Aber wir probieren es Bitte etwas schneller Wir möchten heute noch gerne angringen 5. Jänner 2019 Das Wetter ist hier gar nicht so schlimm wie befürchtet Das Wasser ist heute etwas niedriger als vor drei Tagen Allerdings hat die Temperatur von 4,8 auf 3,5 abgenommen Und das ist wahrscheinlich nicht sehr gut 15.15 Uhr Beide Routen sind ausgelegt Einmal mit Tauwurm Und einmal mit Maden Auf Grund Mit Futterkorb Da es heute nicht besonders warm ist Und vor allem wir auch etwas länger angringen wollen Machen wir uns ein kleines Grillfeuer Der erste Biss bereits nach wenigen Minuten auf Maden Es ist jetzt 16.30 Uhr Bis jetzt haben wir zwar einige Bisse gehabt Aber noch nichts umsetzen können Sonnenuntergang war bereits Also in der nächsten Viertelhalben Stunde ist es stockfinster Es tut Wir werben uns jetzt etwas Wasser Diesmal nicht für einen Tee, sondern zum Händewaschen Damit das Wasser knapp ans Videopunkt ist Dann nehmen wir es dann Und gehen mit diesem Wasser Zu einem Kübel, wo das Wasser dünn ist Oder ich halte es Und wir lernen es hinein Und können uns dann darin Super die Hände angenehm waschen Ein Wurmköder Angenehm Es fühlt besser Als wenn man sich mit kaltem Wasser Ja, schaut gut aus Der Fisch hat angemessen Ja Schauen wir mal Jetzt steht sehr tief Ich kippe mal auf eine Barbe Jawoll Eine Barbe Barbe am 5. Jänner 2019 Eine Barbe Diese Barbe ist ordentlich Hat auch kräftig gezogen Barbe mit 64 cm Am 5. Jänner Ein schöner Fisch Ja Wird ausgesetzt wieder diese schöne Barbe Und weg ist sie Das Feuer ist nicht nur zum Wasser wärmen da Sondern wir machen uns jetzt auch ein paar Würstchen drauf So, mangelst Fische Wir werden uns jetzt mal ein paar Würstchen machen So, Würstchen drin Das wird schmecken Hoffentlich beißt jetzt nichts Meistens beißt nämlich nur in solchen Momenten etwas Wir essen jetzt mal eine Kleinigkeit Und prompt Kaum isst man einmal Gibt es einen Biss auf der Rute Auch in diese Jahreszeit Gibt es ja Lauben an der Oberfläche So, jetzt geben wir eine Rute an Traubfisch Schauen wir mal auf den Zander Und dann stechen wir den Köderfisch Das Ganze durchs Auge Und kommen dann Da hinten wieder raus Dann gehen wir so durch Setzen wir an Und machen Hinten Bei der Schwanzlosse Eine Bord auf der Schwanzlosse Einen Knoten hinein So Perfekter Köderfisch Für einen schönen Zander Aber da kommt noch mehr Wir tun zusätzlich noch was anderes Und deswegen den Geruch Es ist wie Schiss Einstechen Löcher machen Genau, ein bisschen anreizen Du hast was dran mag Das ist allzu wesentlich Und wir wärmen uns wieder ein bisschen auf Und wir warten Im Laufe des Abends Haben wir dann Ein für uns Silksames Phänomen entdeckt Wir glauben nicht an Übersinnliches Daher muss es eine logische Erklärung Dafür geben Was wir jetzt zeigen Ist absolut nicht gefähigt Fische 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 nach den anderen, trotz dreieinhalb Grad Wassertemperiö. Aber leider lassen sie sich nicht umsetzen, was in einem Punkt aber nicht ganz klar ist. Ich gehe mal zu anderen Routen und schaue mal nach. Okay, Marc sieht was. Marc geht zu anderen. Ja, es funktioniert. Marc geht zu den Routen und sie bimmeln. Und wieder einmal daneben. Fischen macht auch im Winter Spaß bei Regen. Ja, vor allem wenn man ein Feuer hat. Dann wird man zwar nass, aber es ist wenigstens nicht so kalt. Inzwischen ist es 22.30 Uhr und es ist etwas ruhiger geworden. Jeder Angeltag hat einmal ein Ende. Deswegen hören wir schon langsam auf damit. 23.03 Uhr, unser Angeltag ist beendet. Wir fahren wieder nach Hause. An der Donau war es ja ganz okay. Aber jetzt für die Heimfahrt haben wir wieder winterliche Straßenverhältnisse.